Die Rechte sind beim zweiten Mal durchgebracht. Jetzt wird ein bisschen diskutiert. Ein Punktabzug gegen Vitali Kitschko. Der Cut wird schlimmer oder die Verletzung da oben an der Stirn schlimmer bei Juan Carlos Gomez. Also schwierige Situation. Die Rechte kommt durch. Jetzt verliert er hier auch noch die Übersicht von Juan Carlos Gomez. Wieder angezählt. Man überlegt in der Ecke, ob man das weiterlaufen lassen will. Kitschko kommt ran, bringt nochmal die Rechte unter, versucht die Linke nochmal ein Ziel zu bringen. Der Aufwärtshaken, der vorbeifliegt. Der zweite Aufwärtshaken, der etwas besser trifft. Und die Linke und die Rechte. Irgendwie versucht der Gomez stehen zu bleiben. Das ist jetzt mehr der kubanische Stolz. Dieser unsichtbare Knochen im Nacken, der sagt, Kopf noch oben halten. Aber ganz schwierige Runde. Wieder die Rechte, die gut trifft. Der versucht dann zu halten. Es fehlt der saubere Treffer. Wieder kommt die Linke durch. Der steht da und ist hilflos. Und jetzt ist der Kampf aus. Jetzt geht der Ringrichter dazwischen und sagt, wenn er sich wegdreht, wenn er nicht mehr weiterkämpfen will oder kann, dann muss sie wegdreht. Untertitelung des ZDF, 2020